So, der nächste Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt 8 Uhr. Es wird gewaschen. Jetzt gibt es noch ein Käffchen. Ein schönes Frühstück. Und dann geht es auf die nächste Etappe. Mal schauen. Wir haben den Plan ein bisschen geändert. Aber nicht dramatisch. Gucken wir mal. Aber es wird schon schön. Da sitzt es noch. Ich fühle jetzt auch keine Angst. Nicht wirklich. Na gut, hier oben laufen nicht so viele Leute rum. Meistens nicht. Bis zum nächsten Mal. Das war's. So, ich denke für heute haben wir gleich mal den höchsten Punkt erreicht. Schöner Blick über die Berge. Sieht ein bisschen nach Regen aus, haben sie auch gemeldet. 14, 15 Uhr. Gucken wir mal, ob wir das Zelt aufschlagen können. Blick zurück. Schön. Wunderbar, hier geht wieder ein bisschen Wind hier oben. Jetzt werden wir dieses Grellfeld hier überqueren. Vorsichtig sein, da kann man schnell mal hinfallen. Weil der Rucksack zieht. Sobald du ein bisschen Gewicht in eine Richtung hast, dann zieht er. Okay, wir sehen uns später. Und sind auch schön bunt, alles bewachsen mit Mosen, Flechten. Ab jetzt geht's abwärts. Aber auch da sollte man vorsichtig sein. Grell, Steine, Wurzeln. Wenn da im Hintergrund kommt jemand, wird man jetzt nicht erkennen, macht nix. Für uns geht's jetzt erstmal so vier, fünf Kilometer zum größten Teil abwärts. Und dann geht's abwärts. Und dann geht's abwärts. Und dann geht's abwärts. Das sind doch schöne Ablücke, oder? Das macht doch Freude. Das macht doch Freude. tja da liegt doch überall noch schnee da hinten nicht zu wenig so hier geht es jetzt runter ordentlich abwärts darunter müssen da kann man hier drauf nicht so genau erkennen da unten am see ungefähr fünf kilometer ok dann wir sehen uns irgendwo unten wo man keine schönen ausblicke mehr hatte aber egal so so ein bisschen flaches Geländer hier so kurze pause es gibt Powerriegel sind so zwei Stunden unterwegs fast nur bergab hier gibt es noch ein bisschen Wasser und Mücken hier sind auch öfters mal Zeltplätze hier haben öfters mal welche da ist auch einer dazwischen da hinten sind welche auch so ein abenteuerliches Zögchen hier da ist ja auch ein Bach da unten deswegen ist hier auch ein Lagerplatz da unten ist ein Bach nochmal kurze Pause hier vor dem Ziel in eineinhalb Stunden schätze ich mal es dribbelt alles noch vor sich hin aber gut wir hoffen es dann nicht mehr wird wobei es im Moment so aussieht so wir queren hier nochmal so eine kleine Freifläche selten genug damit man hier mal was sieht meistens läuft es durch den Wald so ein Sumpfgebiet zehn Kilometer unterwegs ungefähr ziemlich unkärftraumt Steine klettern aufpassen ist unglaublich okay Fazit mache ich mal die nächsten Tage die ganze Geschichte hier was ich davon halte verhungern kannst du nicht Blaubeeren ohne Ende Moltebeeren Wasser ist auch genug da trinkbar ohne ohne Frage ja so sieht es aus der Bad ist ein bisschen struppig aber gut wir sind ja hier auf Abenteuer okay wir sehen uns später ja Freunde guckt euch die Sauerei an es schüttet und schüttet wir sitzen gerade unterm Tarp und versuchen zu kochen heute gibt es Track and Eat wir haben keine Lust zu spülen einfach Tüte auf Wasser drauf umrühren zwei Minuten fertig hat uns da nochmal erwischt kurz vor Schluss so ein Scheiß sind recht nass geworden aber gut da müssen wir durch bis später ich fülle mal aus dem Zelt raus wir haben jetzt ein Blick müssen wir auf die Uhr gucken viertel nach neun es schifft ohne Ende sag ich euch seit halb sechs liegen wir im Zelt haben wir was gegessen da drüben wo ihr jetzt hinguckt gekocht da ist jetzt gerade meine Tochter schon mal raus spaziert da war alles voller Wasser und mein Schlafsack in Gefahr und hat mal eine kleine Dusche genommen wobei es hat gerade ein bisschen nachgelassen jetzt minimal und es hat echt geschifft wie Sau schön ist ja wir sind ja nördlich des Polarkreises in ja ich sag mal eine Stunde knapp geht eigentlich die Sonne unter gut heute ist eh dunkel durch den Regen aber dann dämmert's und dämmert's und dämmert's bis um zwei oder sagen wir bis um halb zwei und dann geht die Sonne auf und gut ist hier die Stelle die wir uns hier ausgesucht haben der Boden nimmt scheinbar die Feuchtigkeit ganz gut auf und wird nicht unter unser Zelt geleitet weil wenn man guckt es fällt hier runter ganz gefährlich so das war genug gequatscht Schluss mit lustig wir legen uns ein bisschen hin was sollen wir sonst machen weil dummerweise kann man nicht mal karten spielen nicht würfeln ich habe meine lesebrille unterwegs auch noch verloren super und ich sehe gerade gar nichts okay man sieht und hört sich falls es irgendwann aufwärts regnet ja wir sind wieder unterwegs letzter tag und ständig solche überquerungen heute nachts hat es stark geregnet ich glaube ich habe das schon mal erwähnt okay schafft schwierig mit der kamera in der hand ja gucken wir mal die haben so gute Kilometer runter elf werden es noch werden bis nach quickjock zurück okay ich weiß nicht wie viel ich aufnehmen werde weil das nicht einfach aber ich gucke was ich mache dann bis später ich glaube ich hatte auch wieder den finger da vorne drauf naja hier können wir ein bisschen fahrlos filmen geht zufällig nicht aufwärts kleine steine großartig schöne bohlenwege und öfters mal in pflückhöhe blaubär lecker schön zwischendurch das passt ja ist unterwegs letzter tag ich hab's vorhin schon mal gesagt glaube ich wir müssen mal ein bisschen einquälen obwohl es wird funktionieren ist gar nicht so dramatisch glaube ich vor die ersten anstiege haben wir geschafft sehr viel höher geht es hier nicht mehr dann geht es nachher wieder runter und jetzt haben wir ungefähr naja man verschätzt sich sowieso immer zwei kilometer schätze ich mal nicht mehr so nicht mehr so die hier kann man laufen, hier kann man 20 Kilometer laufen was ihr euch gleich sehen könnt, hören könnt ihr es bestimmt mit den Hubsaugen kannst du die Rundflüge machen, wenn du willst oder dich auch in die Wildnis absetzen lassen, zum Fischen zu wandern, wie auch immer die Station ist ein Kriegjock eine Flussüberquerung gehen wir auch da unten wieder hin, das ist am besten glaube ich ein Viertelstündchen da oben rote Kreuze, da geht es weiter gleich nur kurze Trinkpause so, wir ändern uns das heutige Ziel so langsam und der Endstation da machen wir uns mal das Dach gemütlich und dann geht es weiter, gucken wir mal naja, wir haben es geschafft super, wir sind wieder beim Auto so, wir sind gerade noch der Rundflüge und dann geht es weiter, wir haben die Flüge wir müssen noch ein bisschen die Flüge in der Flüge in der Flüge und die Flüge und die Flüge die Flüge in der Flüge So, wir sind gerade noch in der Kirche von Glückjock. Ja, okay, haben wir die auch mal gesehen. Weiter geht's. So, da sind wir an der Anlegestelle, von hier aus legen wir die Pötchen ab. Auf die andere Seite des Sees zum Weiterwandern, das ist Kungslehnen. Und so mehr in die Richtung kommt dann der Pratinalter hin, da kann man sich auch hinfahren lassen. Und so sieht doch gut aus. So, da sind die Pfeil ab. Aber das ist das Kungslehnen, wie siek Tei halten können, sie einfach nach unten gehen. So, da sind wir die Pfeil ab. So, da sind wir am Gegrüß an. So, da sind wir die Pfeil ab. So, da sind wir alle Ereignisse. Und dann haben wir sich auch die Pfeil ab. So, da sind wir alle Ereignisse. So, da sind wir alle Ereignisse. So, da sind wir alle Ereignisse. Vielen Dank.